Und wer ist euer Lieblingsspieler? Ähm... Können wir da haben? Tschubi Munjan Yul. Deine Totzka hat es am Start. Was sagst du dazu? Danke! Danke, Julian! Guten Tag, liebe BVB-Fans und willkommen zum nächsten BVB-Vlog. Lange ist es her und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich wieder einen Vlog für euch drehen kann. Heute ist öffentliches Training, bedeutet, dass Fans heute da sein werden, um unseren Profis beim Training zuzuschauen. Falls ihr auch mal Bock habt, hier nach Brackel zu kommen, um euch das Training anzuschauen, ladet euch die BVB-App runter oder schaut bei uns bei den Social-Media-Kanälen nach. Da seid ihr dann einmal up to date, wann das nächste öffentliche Training ist. Des Weiteren haben wir hier ein Paket bekommen, denn wir werden noch eine Übergabe machen. Unsere vier Spieler wurden ja bei Totz nominiert und diese Karten werden wir dann beim öffentlichen Training den Spielern übergeben. In zwei Minuten dürfen unsere Fans auf das Trainingsgelände. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie so die Stimmung ist und dann sehen wir uns auf dem Trainingsplatz wieder. Hier an der Seite vom Trainingsgelände steht dann die Schlange. Die müssen jetzt ein bisschen warten. Ich würde sagen, ja, heute sind ein paar Leute da. So, wir gehen jetzt einfach mal mit der Menschenmenge mit. Dann zeige ich euch nochmal das Ganze drumherum, was man hier alles bei uns machen kann beim öffentlichen Training. Was geht? Was geht? Hattet ihr gerade Schule? Bitte? Hattet ihr gerade Schule? Ja, wir hatten gerade. Ja. Und wer ist euer Lieblingsspieler? Ähm, gerade meint ihr noch? Ja. Adeyemi. Adeyemi. Ja. Also ihr habt einmal die Möglichkeit, wenn ihr hier bei uns im Trainingsgelände seid. Hier könnt ihr ein paar Trikots kaufen. Ein bisschen Merchandise, wenn ihr Bock habt. Aber natürlich gibt es auch bei uns was zu essen. Da werden wir aber nicht hingehen. So, wenn ihr einmal hier durchgekommen seid, könnt ihr euch natürlich einen Platz suchen. Hier auf der Tribüne. Das ist hier eine freie Platzwahl. Da könnt ihr euch dann, hier meistens immer sehr voll, euch einen Platz aussuchen und dann nachher die Jungs beim Training zu schauen. So, wir befinden uns einmal auf der Gegend gerade. Also wir waren ja vorhin auf der Tribüne, wo die ganzen Fans sind. Gegenüber, wo ich jetzt gerade stehe, steht nämlich hier die Presse. Die werden hier nachher noch ihre Bilder machen. Und aktuell bin ich hier bei unserem Livestream-Zelt. Wir haben einmal hier das dicke Teil. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Niklas, was ist das? Das ist unser Bildmischer aus vielen Komponenten zusammengebaut. Genau. Wir haben hier noch so ein Stream Deck, wo wir verschiedene Sachen machen können. Genau. Da können wir zwischen den Kameras hin und her schalten. Wenn du jetzt mal nach oben schwenkst, sieht man, dass wir die Kameras wechseln. Wir können auch zum Beispiel eine Bauchbinde einblenden. Das sind dann gleich die Moderatoren. Sehr cool. So, hier sehen wir Franky. Der bringt schon die ganzen Materialien, was wir nachher brauchen werden. Die ganzen Bälle. Franky! Hi! Wie geht's? Gut. Und selbst? Dankeschön. Auch gut. Sehr gut. Siehst auch gut aus. Du aber auch mein Lieber. Du bist auch immer nur nett zu mir, wenn die Kamera an ist, was? Bitte? Du bist auch nur nett zu mir, wenn die Kamera an ist. Marozo! Natürlich ist Emma auch am Start. Hallo Emma! Pause! Bam! Hallo! 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 Danke für die Jacke! Hier sind unsere Profis, kommen raus. Wie ihr sehen könnt, die Fotografen sind schon alle startbereit. Denn hier sind unsere Männer. Hier sind unsere Männer. Wie leid. Danke dafür! Danke! Eine 절� Musik 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 Make a statement Of course Dude, which Netflix are you? Peaky Thank you No problem It's good So, let's see what a beautiful game is. Dude will get his team of the season card Very cool card, cool values Five million dollars on the market Let's go to him now Oh, no, no, no You can do a picture One 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 Der nächste ist Greg, der bekommt auch seine TOTS-Karte, auch eine heftige Karte, geile Werte, also sagen, gehen wir den mit an die Karte. Was geht ab, alles klar? Was sagst du an der Karte? Ja, gefällt mir. Kannst du sie mal unterschreiben? Ja, sicher. Einmal oben dritter. Einmal hier? Mal einfach da, ja. Passt. Deine TOTS-Karte ist auf Start, was sagst du dazu? Du bist Biff. Kannst du sie mal kurz unterschreiben? Das ist das Football Team. Danke. 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 Marco, kannst du den Weiß unterschreiben? Ja. Sehr geil. Danke. 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 Foto, Foto, bitte. Foto. Ja, ja, vorne. Ich bin in love with you. Hey! 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 Das ist jetzt kurz vor 18 Uhr. Im Hintergrund gibt Jude noch den letzten Zuschauern und Fans die Autogramme. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, zeigt es mit dem Daumen nach oben. Ansonsten schaut auch in die Playlist rein, da haben wir noch weitere Vlogs. Und ja, in diesem Sinne, her BVB!